»Und dann nur, wenn sich's nicht vermeiden läßt?« Er bückte sich unter einem schrägen Dachbalken hindurch. »Vorsicht mit dem Kopf!« Ich machte es ihm nach. Trotz der Laufstege kamen wir nur langsam voran. Über unseren Köpfen verliefen Kreuz- und Querbalken. Wer sich nicht tief genug bückte, stieß sich den Kopf, während sich in Knöchelhöhe alte Leitungen um die Dachträger wandten, die einem unvorsichtig gesetzten Fuß leicht zur Falle werden konnten. Hier und da ragten scheinbar willkürlich eingebaute, rußgeschwärzte Ziegelschornsteine vor uns auf und versperrten den direkten Weg, sodass die Platten um sie herum hatten gelegt werden müssen. Ich wischte mir eine Spinnwebe aus dem Gesicht. Wie zerrissene Theatervorhänge hingen sie schmutzverklebt von den Dachbalken. Alles hier oben war von Staub überzogen. Die früher gelbe Isolierung zwischen den Trägern hatte sich in eine dreckige braune Matte verwandelt. Staubpartikel wirbelten durch die Luft, glänzten in dem hellen Licht. Meine Augen juckten. Trotz der Maske schmeckte ich Staub im Mund. Als über mir etwas durch die Luft schoss, ich fühlte es mehr, als dass ich es sah, duckte ich mich. Erkennen konnte ich in der Dunkelheit nichts. Ich verbuchte es unter Einbildung und konzentrierte mich wieder darauf, wohin ich meine Füße setzte. Ein Stück vor uns kündigte ein Lichtkreis unser Ziel an. Unter grellen Flutlampen standen um einen Schornstein herum weißgekleidete Gestalten auf einer Insel aus Trittplatten. Leises Gemurmel drang zu uns herüber, von den Masken gedämpft. Ein Tatortermittler machte Fotos von etwas, das auf dem Boden lag. Whelan hielt vor der Gruppe an. »Ma'am, der forensische Anthropologe ist da.« Und dann kommt die Erksteine, die sich verraten, die sich für die Erksteine und die Schlechte an. Die Erksteine mit die Erksteine. »Hierke Omaß das?«